Ja, kannst du mal stehen bleiben wie so eine Ölgötze? Was ist denn das auf deiner Stirn? Kochst du ein Süppchen oder ist das eine Mehlschwitze? Machen wir jetzt den Tiger-Style, oder was? Na, mach ich mit. Nikis, da ist er am Gaffen wie so ein Kiebitz. Junge, du bist charakterschwach, erschieß dich. Du, Stefan Kiesling, du. Fieseste Beleidigung, die mir eingefallen ist. Und, äh, ja, wo ist es? Nikis mit dem Hammerflow, Digga. Stefan Kiesling ist das Mieseste, was dir einfällt. Du siehst aus wie Carsten Ramelow.